Meghan Markles offensichtliche Vermeidung von Blickkontakt mit Prinz Harry hat Spekulationen ausgelöst, dass sie sich mehr auf andere konzentriert, so ein Dating-Coach und Psychologie-Experte, der Aufnahmen von Meghan Markle und Prinz Harry während ihres Urlaubs auf den Skipisten in Kanada unter die Lupe genommen hat. Der Experte vermutet, dass die Herzogin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen möchte und die Anerkennung der Menschen in ihrer Umgebung sucht. Während ihrer dreitägigen Reise nach Kanada, wo sie an der Präsentation der Invictus Winter Games und der Veranstaltung Vaneto teilnahmen, unterhielten sich Meghan und Harry mit Regisseuren, Trainern und Wettkämpfern und probierten auch adaptive Sportarten aus. Adam Lyons, ein Dating-Coach und Psychologie-Experte, machte eine interessante Beobachtung. Meghan schien weniger daran interessiert zu sein, Blickkontakt mit Harry aufzunehmen, sondern sich mehr auf die Menschen um sie herum zu konzentrieren. Sie schien sich dafür zu interessieren, wer sie ansah, wer sich für sie interessierte und wie wichtig sie in dessen Augen war. Bei der Ankunft ging das Paar Hand in Hand und wurde von Scott Moore, dem Vertreter von Invictus Co., herzlich begrüßt. Später erhob sich Harry in die Lüfte und zog die Aufmerksamkeit der Schaulustigen auf sich. Ein Psychologie-Experte, der auch eine ehemalige Schauspielerin ist, kommentierte das Ereignis mit der Bemerkung, dass dieses Verhalten einmal mehr Megans Wunsch zeige, im Rampenlicht zu stehen, und ihr Bedürfnis, sich zu vergewissern, dass sie diejenigen erkennt, die ihr Aufmerksamkeit schenken. Zu Prinz Harrys Reaktion und Körpersprache gegenüber seiner Frau merkte der Experte an, dass er ständig nach Megans sah, um sich zu vergewissern, dass es ihr gut geht, was als positives Zeichen für ihre Beziehung gewertet wurde. Das Paar nahm sich auch die Zeit, sich bei strahlendem Sonnenschein mit den Praktikanten zu unterhalten, zeigte echtes Interesse und stellte nachdenkliche Fragen über ihre Lieblingssportarten. Nachdem sie 45 Minuten mit den Praktikanten verbracht hatten, gingen sie nach drinnen, um die anderen Teilnehmer kennenzulernen, sodass Duke sich unter diejenigen mischen konnte, die eine bequemere und sicherere Umgebung brauchten. Am Ende des ersten Tages verabschiedete sich das Paar im Weißen Heiligtum, und Megan winkte der Menge zu, die zu Ehren der Sussexfrauen, God Save the King, gesungen hatte. Der Herzog und die Herzogin von Sussex kamen in Vancouver, Kanada, an und flogen dann mit einem Privatjet weiter zum Whistler Resort, wo sie das einjährige Bestehen der Invictus-Spiele 2025 feierten. Prinz Harry nahm auch an der Fernsehsendung Good Morning America teil, in der er über die jüngste Krebsdiagnose seines Vaters sprach. Harry bedankte sich für die Gelegenheit, Zeit mit seinem Vater zu verbringen, betonte seine Liebe zu seiner Familie und äußerte die Hoffnung, dass die Krebsdiagnose ein Katalysator für die Versöhnung zwischen ihm und dem Rest der Familie sein könnte. Das Interview folgt auf Äußerungen von Harry und Megan in der vergangenen Woche, die nach dem Relaunch ihrer offiziellen Website als Office of Prince Harry and Megan, Duke and Duchess of Sussex, auf Kritik gestoßen waren. Das Interview folgt auf Äußerungen von Harry und Megan in der Vergangenheit.